Bayer Leverkusen und der VfL Bochum trennen sich 4 zu 0 Leverkusen mit einem optimalen Abschluss. Was sollte ich sagen, die Werkself dieses Jahr einfach unglaublich. 13 Siege, 3 Unentschieden, also wirklich top ungeschlagen. Und Patrick Schick, der ja heute mal von Anfang an wieder ran durfte, der ja auch in den letzten Monaten mit Verletzungen zu tun hatte, hat heute ein überragendes Spiel abgeliefert und hat eigentlich den VfL Bochum im Alleingang abgeschossen. Erst gab es einen fälligen Elfmeter, den man finde ich geben kann, nicht muss, aber kann. Und es war demnach, weil er ihn gegeben hat, keine klare Fehlentscheidung. Schick hat diesen sicher verwandelt, auch wenn Riemann die Ecke hatte. Nur zwei Minuten später, der VfL noch vollkommen unsortiert. Schick nutzt das Ganze aus, schiebt in der 32. zum 2 zu 0 ein. Und ich würde sagen, das ging auch in Ordnung, da die Werkself wirklich das mehr als dominante Team war. War es das? Nein, war es nicht. Patrick Schick mit einem lupenreinen Hattrick. Und sowas gibt es heute nur noch ganz, ganz selten. 45 plus 1, 3 zu 0. Wieder Patrick Schick, Hattrick einfach nur überragend, was der Junge in der ersten Halbzeit abgeliefert hat. In der zweiten Halbzeit hätte man vielleicht noch mehr Tore schießen können. Aber ich sage mal so, Leverkusen hat das Ganze bis zum Ende durchgehend kontrolliert. Bochum eigentlich kaum nach vorne kommen lassen. Und so hat immerhin nochmal Viktor Boniface in der 69. als Einwechselspieler nochmal das 4 zu 0 gemacht. Und das war dann auch standesgemäß gegen den VfL Bochum und mehr als verdient.